Unsere neun Jahre alte Shirin ist im Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen, denn im staatlichen Tierheim sollte sie eingeschläfert werden. Denn die Mitarbeiter nahmen an, dass Shirin einen riesen Tumor hatte. Dieser stellte sich jedoch nur als Leistenbruch heraus, in den Organe gerutscht waren und das konnte operiert werden. Als Shirin nach der Operation die Augen wieder öffnete, waren wir alle sehr erleichtert. Sie entpuppte sich auf unserer Pfötchenfarm als entspannte Hündin, die die Streicheleinheiten der Menschen genießt. Mit Artgenossen ist sie ebenso verträglich und eine sehr ruhige Maus. Shirin liebt es in Körbchen zu schlafen, aber auch draußen im Kennel etwas herumzutollen. Sie war auf der Pfötchenfarm bereits auf einer Gassitour, das heißt die Leine kennt sie auch schon. Wenn du dich jetzt in die süße Shirin verliebt hast, dann melde dich gerne. Der Link zu ihr ist in der Videobeschreibung. Die Videobeschreibung. Die Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020